Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich war schon auf dem Weg ins Geschäft und habe dann gemerkt, hey, Moment mal, wo ist mein Handy? Oh, das habe ich im Auto liegen lassen. So, voll ausgerüstet und ab geht die Post ins Geschäft. Dies, das, an und an. Ihr kommt jetzt mal an den Strom. Ich bereite mich dann aufs Arbeiten vor und wir sehen uns später irgendwann. So. Die Quäle hier macht jetzt erstmal Feierabend. Verdient der Feierabend. Ja, verdient. Alles klar. Sollen wir nochmal über Bund und Aktuierungsquote und so? Klar. Alles. Volles Programm. Mhm. Hanadi hat neue Haare. Was? Hanadi? Hanadi Beauty. Kennst du die nicht? Nee, kenn ich nicht. Muss man die kennen? Ja. Ah, okay. Und wann kommt dein Rap-Album? Ähm, ist in Produktion. Kann auch zehn Jahre dauern, gell? Nein. G. Ich komme mit meinen Mädels. Wir haben nämlich einen G-Gang. Du heißt MC Hylia XAA oder so? Nein, wir heißen G-Gang. Na, sorry. Okay, was auch immer das. Vielen Dank für meine neuen Mädels. Ja, bestimmt wunderschön finden die die. Ja, okay, wir müssen jetzt den Laden zu machen. Also. Wir haben aber noch zehn Minuten. Ja, wer hätte gedacht, der nächste Tag ist natürlich wieder angebrochen. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in die Arbeit. Ihr seht einen neuen Vlog. Das ist dann der letzte, oder der letzte Arbeitstag für diese Woche. Weil ich Samstag frei habe und da passiert was sehr cooles. Glaube ich zumindest. Aber doch, ja. Das wird sehr cool. Gut. Ich verabschiede mich. Ich sage, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Positive Werdung. Bis dahin. Ich sage, wie immer rein. Geen, wie immer rein. Fuuuuh!